Oh, ich komme mit Frankedaal. Art kann dich außerhalb von deinem Kopf und außerhalb von deinem Routine und kommutieren, besonders öffentliche Art. Es sieht schön aus! Man kann es als Einladung sehen oder als Geschenk, aber man muss es auch nicht, man muss es nicht annehmen. Oder man nimmt es an und freut sich drüber oder freut sich auch nicht, ärgert sich. Was muss ich daran verstehen? Wenn ich aufgeregt und ich sah grafitti in meinem Wohnzimmer und öffentliche Art, hat mir viel bedeutet. Das hat mich für sicher inspiriert, um zu sein, um zu sein, um zu sein. Wir versuchen, etwas zu geben, um das Menschen zu sehen. Es wäre sehr glücklich. Ja, weil wir glauben, dass Liebe der einzige Weg zu gehen. Ja, was ist der Sinn von unserer Leben hier? Was wir arbeiten und haben, um Kinder für was? Für was? Für Geld? Wenn sie großartig sind? Nein, wir brauchen Spaß. Nein! Ich kann es nicht tun. Es passt schon. Nein, ich habe es nicht aufgehört. Nein, ich kann es nur. Es ist ein Sinn von. Na, das ist ein Ellis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020